ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 wir machen heute weiter mit dem nächsten rennen aus 2 los geht's ja das kriegen wir mal drei folgen raus wie immer erstens war eine folge dann die zweite rennen mit den 4,6 und 10,5 in einer anderen folge und dann das lebt der letzte teil in einer nächsten folge passt perfekt alles wunderbar los geht's wills liebe leute ruft werden alle ein paar kurze folgen werden egal so wartet man immer ab jetzt 8,5 kilometer so that was good Vielen Dank. So, dann fahren wir mal kurz eben, äh, wir werden kurz tunen, das heißt, einen zusätzlichen Reifensatz mitnehmen. Dann geht's los. Den Marshals wurde nichts gemeldet, sondern ein sauberes Wettbewerb. Ja, dann schauen wir mal, ne? Sechs Minuten gibt da uns vor. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los, komm. In rechts, sechs, links, fünf, rechts, drei, rechts, drei, 90 Grad, rechts, rechts, vier. Leicht neblich. Rechts 3, in links 2, durchsenke, in rechts halb, durchsenke, links 4, überpuppe, rechts 5, links 5, rechts halb, überpuppe, links 6, in auf der Kehre, rechts, lang, durchsenke, links 4, rechts 3, in links 2, in links 2, rechts 2. Links 3, ja, sag ich mal, es ist gerade links zu, war mir klar, dass er, geht schon wieder gut los, hier. Rechts 6, links halb, überpuppe, rechts 5, links 6, rechts 5, links 4, rechts 5, rechts 4, rechts 4, rechts 4, rechts 5, links 5, links 4. Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4, links 5, links schneiden, rechts 3, 90 Grad rechts, rechts 4, links 5, nicht schneiden, rechts 3, in links 2, durch Senke, in rechts halten, durch Senke, links 5, links 5, rechts halten. Links 6, in offener Kehre, rechts, lang, durchsenke, links 4, rechts 3, in links 2, links 6, offener Kehre, links, in halten. Das macht es auf jeden Fall, dass ich halt weiß. Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen was rauskommt bekommen. Links 6, in offener Kehre, rechts, lang, durchsenke, links 4, rechts 3, in links 2, links 6, Kuppe, senke, das war mir klar, dass wir... Und dann können wir uns noch mal eine 4-Sekunden-Strafe dazu, weil es so schön ist. Gut, wir haben uns dann wieder was rausgeholt bekommen. 6, 6, rechts, 4, über Kuppe. Durch Senke, mittig halten, über Kuppe, durch Tor, rechts halten, über Kuppe, links 3, rechts 4, in links 6, 60, links 6. Auf eine Kehre, links, innen halten, rechts schneiden, 60, über Kuppe. Links 6, Überpuppe, links 6, Überpuppe, rechts 3, links 6, Überpuppe, durch Tor, rechts halten, Überpuppe, links 3, nicht schneiden, rechts 4, in links 6, 200, Achtung langsam, scharf rechts, links 4, 60, Überpuppe, 60, mittig halten, Überpuppe, 80 durch Senke, mit 6, 200, rechts 2, in links 4, überpuppe, rechts 3, rechts 3, rechts schnell, links 4, rechts 6, 1, links 5, links 3, 6, Überpuppe, durch Tor, 60, durch Tor, rechts 6, Musik, durch Senke, links 3, rechts 3, jebald ist es besonders eng rechts 6 links links 4 links 5 rechts sagen wir schon guten abstand Das ist überhaupt was denn hier. 6 Meter dieser Strecke hier, aber so, ja, dieses Event hier. So, geschafft. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Sehr schön, geschafft auf jeden Fall. So, dann war das der erste Teil für heute. So, dann war das der erste Teil für heute. Gut, dann gehen wir rein in den nächsten, aber deutlich kürzeren Teil. So. Okay, dann gehen wir rein. Das Auto ist nur ausgeschädigt, nichts was die Leistung beeinträchtigt. Ja, das ist immer gut. So. Tappen 15 gibt es uns vor. 5, 4, 3, 2, 1, los. Aua. Tür ist offen, ein bisschen Lüftung drin. Links 6. Auf der Kehre links. Einen halb. 60. Links 6, über Kuppe. Links 6, über Bälle. Rechts 3. Links 6, über Bälle. Links 6, über Bälle. Rechts 4. So, jetzt können wir ein bisschen Gummi geben. Wir halten es ja ziemlich groß jetzt gerade. Komm mal. Wie viel sind wir hier mal dazu? In rechts 3, über Kuppe. 60 durch Sänke. Off der Kehre links, Klapp nicht schneiden. Mittig halten, über Kuppe. Durch Sänke, rechts. 1, 60. Rechts 6, 60. Durch Sänke, links 3. Rechts 3, über Bälle, 80. 6, über Bälle. So, auf der Kehre rechts. Einen halb. Rechts 6. Links 6, rechts 5, links 5, über Bälle. Achtung, Kuppe. Rechts 1, links 4. Links 6, rechts 5, links 5, über Bälle. Achtung, Kuppe. Rechts 1, links 4. Jaaa. Auffassend ist ja nicht da unten runterrutschen. Links 3, rechts 4. In offene Kehre links. Lang durch Sänke, nicht schneiden. In rechts 6, links halb über Bälle. In Schweden haben wir die ersten 25 Punkte ja schon gesichert. Die wollen wir hier im Welt natürlich auch schaffen. Rechts 3, rechts schneiden. Über Bälle zu 150. Rechts 4, links 1, Bälle senken. So, letzter Teil für heute. Rechts 5, über Bälle. Links 5, rechts 6, 16, über Bälle. So, offene Kehre rechts, innen halb. Rechts 6, links 6, innen halb. Rechts 6, links 6, offene Kehre links, innen halb. Rechts 6, rechts. Rechts 6, links 6, links 5, rechts 6, innen halb. Rechts 6, links 7, links 7, links 7, links 6, innen halb. So. Deine Weiters. Boah, auf was es ist. hat sich das auto schön immer quergestellt super ergebnis gut gemacht okay dann haben wir das so weit gut das war teil nummer 1 wir sehen uns in der morgigen folge wieder um 14 uhr dann und dann schauen wir mal was der zweite teil uns bringt die folge wird länger werden genau wie die nächste folge danach auch aber das wäre wie gesagt ab morgen sehen ich wünsche euch noch einen schönen tag wir hören uns dann